hallo hallöchen wir spielen wieder terminator resistance und das letzte mal haben wir den doktor geholt der war da ziemlich dicht an der front in der innenstadt den haben wir gerettet wir sind wieder zurück mit dem doktor und ja jetzt schauen wir mal genau für mich war das auch vollkommen genug aufregung ich muss mit commander so wo sie denn die kleine hallo commander ich hab den doktor unter verteidigungs ist scheiße unter verteidigungs schade 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 für die schade 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 so we're keeping tabs on their location find them and bring them to me understood and rivers despite what I might say about our resident egghead I truly have a hard time believing that my men are incompetent so expect the unexpected and you know what I mean by that do you think the infiltrators back we won't be sure until you find those messengers and confirm my suspicion now that you mention it what one of our soldiers said that it looked as if one of our guys led Skynight's attack that only supports my case as soon as you know what's going on radio me who's Perry you mentioned him before the best soldier I ever fought beside he was the one who brought me into the resistance it's actually a funny story years ago when I was just a kid I saw Skynight drone attacking some guy without thinking I grabbed a rock and jumped on it the guy was screaming the whole time while I beat the metal to the ground only when I was done that I realized he was trying to stop me you killed a drone with a rock I was young and stupid thank God the drone wasn't really armed otherwise I wouldn't be here to tell you the story he was a resistant scientist and that drone was one of his projects so you can imagine he wasn't too happy when I smashed it to pieces but he wasn't alone there was this huge guy with a rifle on his shoulder almost choking with laughter I sure made his day that huge guy was that Perry yes it was commander Perry was in charge of this division before me that scientist later told me that was the first time he ever heard Perry laugh somehow Perry and I connected he taught me how to channel my anger and get it under control he introduced me to Connor and that's how I got to the hundred and thirty-second whatever happened to Perry Skynight got hold of our position we had to leave our shelter there were a lot of casualties and he was one of them he died a soldier I'd never thought I'd be reminiscing about the day I met them this may come as a surprise to you but it was the first metal I ever destroyed I'm not surprised you were still just a kid that doesn't mean I didn't have a kill count back then it just consisted of people but that's a different story you want me to break radio silence they have a head start on us at this point we can afford to lose any time okay jagd-saison okay jetzt muss ich aber noch die Fähigkeiten freischalten ansonsten bin ich wieder machen wir Tarnung Herstellung Schlösser knacken ich glaube das immer sehr wichtig und überleben machen wir noch Härte jawohl schneller lernen wäre natürlich auch gut gewesen jetzt habe ich natürlich nichts mehr okay bis später ich gehe jagen Lagerhausbezirk Lagerhausbezirk oder der kleine hund oder der kleine hund wassup what's up I know you're busy but I found something something I think you'll like a tape from back in the day I want to play it for you but my boombox is busted so if you're out there and find one that works bring it to me okay can't you ask Jennifer or one of the other scavengers for help I already did but they couldn't find anything just think about it okay okay so und nun geht's los okay gebiet verlassen lagerhausbezirk ich bin gespannt ob wir das schaffen ob ich sterbe oder bis keine endlich besiegen unwahrscheinlich ich habe zwei gps-träckers Oh, ich sehe gar nix. Mission. Wow, wo kommt der denn her? If I could get close enough to take a picture. Man sagt ja doch oder was? Ich bin auch gar nicht so weit, damit ich hier loslegen kann. Oh, eine Kiste. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Was ist denn da los? Das ist jetzt voll blöd. Warte mal. Warte mal. Ich bin noch nicht so weit. Warte mal. Wieso habe ich keine Munition mehr? Scheiße. Ich bin noch nicht so weit. 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 Scheiße. Keine Munition mehr. Kann ich hier lang? Da kann ich gar nicht lang! Ich glaube hier ist nämlich alles voll. Habe ich nicht mal so ein Messer gehabt? Ich habe doch so ein Messer gehabt, wo muss ich denn das hin machen? Wie geht denn das? Ich glaube er hat mich. Oh shit. Ich renne weg. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer! Ich bin am Arsch! Wenn ich nicht gleich mal Munition finde hier. Hier ist Munition. Na toll, jetzt habe ich wieder keine Munition. Der andere ist noch gar nicht tot! Warte! Lass mich! Okay, das ist alles viel zu aufregend hier. Ich glaube sie sind immer noch hinter mir her. Oh nein! Okay, vielleicht kann ich mich ja doch retten. Irgendwie und hier noch ein bisschen Munition sammeln. Okay, ich versuche mal hier rein zu kommen. Mir ist komplett die Munition ausgegangen. Irgendwie habe ich zu viel geschossen wahrscheinlich. Oh. Okay, das ist blöd. Die sind hier überall. Ich brauche irgendwie eine Werkbank oder so. Was ist das? Ja! Das ist nicht so. Das ist ja. Oh. Das ist ja. Oh, das ist einfach nicht so damit. Das ist ja. Super. Ich brauche dich. Was ist das? Es tut's. Ich brauche dich. Das ist doch nicht. Ich brauche dich. Es tut mir, du sicher. Du bist der andere Seite. Ja? Ist das nicht. Da ist das nicht. Ich bin... Und das ist... Das war's. Geht das nicht kaputt? Davon hab ich genug Munition. Kommt der jetzt hoch oder was? Okay, sie sind alle unten hier. Vielleicht kann ich hier irgendwie so ne... Jetzt häng ich hier irgendwie fest. Oh man, ich bin schon wieder festgebracht. Oh shit. Ich komm hier. Wieso geht denn hier die Tür? Wieso kann ich denn hier nicht... Jetzt kann ich weg. Oh mein Gott. Okay. Jetzt versuche ich aber wirklich mal irgendwie noch... Hier raus zu kommen. Die laufen da lang. Ich versuche mal noch hier rein. Da ist aber auch nix Gescheites. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist wieder so ein... Wo geht's denn hier runter? Oh mein Gott. Mann. Komm hier nicht durch. Okay. Ich weiß nicht, wie man das macht. Stand wahrscheinlich schon irgendwann mal. Der andere läuft, glaube ich, darum. Das ist blöd. Au, 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 au. Warte mal, ich muss das erst hacken. Warte einen Moment. Da ist vielleicht Munition drin. Ich weiß es aber nicht genau. Scheiße. Das ist blöd. Das ist ganz doof hier. Kann ich das nicht hacken? Oh ja, das kann ich auch hacken. Das ist genau meine... meine Waffe. So, kommt schon. Jetzt haben sie Angst. Jetzt habe ich es nämlich doch noch hinbekommen. Ich weiß es doch auch noch hinbekommen. Ich weiß es nicht, weil ich nicht mehr noch hinbekommen muss. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier ist es nicht. okay schau mal vielleicht kann ich ja hier ein bisschen okay gespeichert haben wir schon mal hier ist eine werkbank die muss unbedingt munition herstellen das war ja mal einfach ok ein paar granaten bisschen alteisen ja 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 Super, keine Munition mehr. Oh, shit! Boah, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Was, noch einer? Das sind zwei. So, habe ich jetzt Munition. Vielleicht sollte ich nicht so mit der Munition asen. Pfff, meine Güte. So, was ist denn jetzt hier oben mit meinen... So, was ist das? was was ist da los helfen wir doch mal hier für was habe ich dich gehackt er kommt und 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 aber ich gehe mal hoch scheiße wieso ist hier so viele terminator ich gehe mal Meine Güte, mach mal die Musik aus hier. Zwei Fähigkeiten. Also, ich muss unbedingt irgendwie das Hacken noch perfektionieren. Das werden wir gleich mal gucken. Wissen. Hacken. Genau. So, jetzt kann ich vielleicht auch das Ding da draußen hacken. Wahrscheinlich ist es eine Tür, wo ich schon jetzt auf der anderen Seite war, oder? Mann! Das gibt es noch nicht. Ich will nicht, dass es noch auf der anderen Seite noch einnachrichtet werden. Ich will vielleicht ein bisschen noch auf this one. Ich will nicht mehr so auf der anderen Seite machen. Ich will nicht mehr so auf der anderen Seite bewegen. Ich will nicht mehr so auf der anderen Seite reiten. okay dann gehe ich halt hier rum aber sind wie schnell geht das bitteschön jetzt habe ich da etliche da den muss ich nicht aufmachen jetzt bin ja hier durchgegangen hier nach oben geht es nicht weiter jetzt könnte ich versuchen noch diese kanone dazu hacken quasi wer das die da hinten hier muss das alles aufsicht damit ich genug munition hat sie hier gar nichts nicht hier auch noch irgendwas getötet jetzt habe ich die fähigkeit freigeschalten super das heißt nicht damit es einfacher wird ich wollte gerade gucken ob ich da nicht mehr so eine bomben die da lärm machen dort sieht nichts aus wahrscheinlich sowieso das so dass sie wieder so unendlich da kann ich doch von anderen seite rein da machen doch jetzt hier nicht noch unseren dietrich kaputt jetzt kann ich vielleicht auch speichern ich war ja nicht möglich jetzt muss man auf die karte schauen verriegelte tür verriegelte tür besten wir aber wenn ich da oben hingehe glaube ich quasi gerade die andere richtung das ist auch wieder so ein teil da was ich vielleicht taken kann hier kann ich rein ich komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter hier ist eine tür durch was im kofferraum warum das für ein kofferraum vielleicht in den kofferraum das für ein kofferraum das für ein kofferraum meine güte die habe ich völlig übersehen das scheiß ding da sind noch mehr scheiße man geht weg blödes ding blöde spinne einmal nicht aufgepasst bis gleich am arsch wo ist denn jetzt hier ein paar granaten sind natürlich auch nicht schlecht wo komme ich denn jetzt da auf die andere seite rüber um Vielen Dank.